Damit mir jeder, der das Spiel nicht kennt und die hören... Ah, klasse. Ah, klasse. Schwierigkeitsgrade, man ungefähr weiß, wie die so sind und wie viele Gegner das sind und wie schnell sie schießen. Das ist sehr lustig, ja? Doch, also ich habe die erste Runde auch mal auf dem Nightmare versucht und ich treffe irgendwie überhaupt nichts. Ich habe ziemlich viele Versuche gebraucht, allein bis ich die erste Runde geschafft habe. Und das ist noch eindeutig eine der leichtesten. Geht weg. Da kommen später dann noch wesentlich größere... Nicht so weit weg. Ein Gegner-Massen... Komm, friss das! Oder das! Also... Geht doch, geht doch! Oh! Oh! Klasse! Und öpp! Yeah! Ich bin unten! Und habe nicht mal Schaden... Erlitten! Noch nicht! Oh! Ich bin auch bei der Spinne, aber... Die zählt nicht! Ach! Geh weg! Hm... Ich schieße mit der Schrotflinte aus einem Meter Entfernung vorbei! Das... Muss man erstmal können! Ziemlich schwierig! Und wir... Geht's da lang? Da ist... Munition! Box of Bullets! Yeah! Okay! Benutze ich zwar nicht oft die Chaingun, aber... Egal! Hin und wieder brauchen sie doch! Und wir müssen... Da... Nein! Hm... Ist er nicht noch mal ein wenig Anzug oder so? Natürlich nicht! Der Idiot braucht keinen Anzug! Der muss so da durch! Naja, sterbe ich natürlich! Wuuuuh... Springen wir halt ein wenig, dann sterben wir nicht so! Pfff... Mh... Das ist gemein! Jetzt... Naja... Ich renne noch voll! Nein! Jaaa... Ich sollte jetzt ins Bett gehen! Es ist spät! So... Da anunter? Hm... Nein! Ich geh mal... Ah! In den Kopf! Red Skulky! Und... Wir sind wieder am Anfang! Wo neue Gegner sind! Hahaha! Wie überraschend im Spiel! Es kommen ständig neue Gegner! Und... Was war das? Was war das? Ist irgendwas rausgeflogen? Oh... Noch mehr Spinnen! Ich hasse Spinnen! Mh... Mh... Soll sterben! Mh... Hä? Achso... Die schießt wieder nur auf mich! Was hat das gemacht? Keine Ahnung! Es hat irgendwas gemacht! Auf jeden Fall! Und Energiezellen! Jawoll! Die BFC wird immer noch... Ah! Noch mehr Energiezellen! Ausgezeichnet! Und ich seh noch nen Kopf! Aber... Ich komm da nicht hin! Und... Oh! Da war Munition gelegen! Schalter! Gelder Schlüssel! Mh... Kann ich euch von da unten treffen? Ah ja! Das geht! Das geht! Komm! 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 Stirb! Stirb! Ha! Wo ist die andere? Wo ist die andere? Da! Komm! Kommst du her? Komm mal her! Ja! So bleib! Nein! Nicht hinter die Wand laufen! Soll's da bleiben wo ich dich treffen kann! Bleib! Stirb! Na also! Geht doch! Ja! Scheiß! Wo ist denn da? So und da? Keiner neuen Gegner! Hm! Ich soll's nicht zu laut sagen! Lala! Nimm erst doch einen Mid-Kit! Lala! Boah! Zum Glück sind die... auf der niedrigen Schwierigkeitsstufe so dämlich! So was ist da noch! So was ist da noch! Und da! Abwärts! Da waren wir schon Warte War das der Raum, wo wir da nicht weiter kamen? Ich glaub schon Oh, ein Schalter, ein Schalter Schalter für den Arsch Da kommen wir her Da wollen wir lang, glaub ich Oh, ich, ich wollte da gar nicht nur in der Spring Egal Immer in Bewegung bleiben, dann stirbt man jetzt Schnell Mildkit Zu 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 Offen Megasphäre, yeah Ah, komm Ich jetzt wissen, dass da jetzt der Gegner kommt, oder? Da ist ja nur einer Und er ist schon tot Und Jetzt kommt noch einer Oh, gleich zwei Oh nein, die Viecher, ne? Die Viecher, die spucken Totenköpfe Ich hasse sie Ich hasse sie Oh, f... Das ist so Was ist das in der Scheiße? Scheiße Man, habe ich das letzte Pack gespeichert Ganz am Anfang, oder? Nein, da Okay Gab's da unten was? Ich sollte öfter speichern Okay, öfter speichern Ab sofort Also, was haben wir da gemacht? Schalter Geht net Blauen Key Okay Okay, das wird er dann auf Tolle Aktion Ganz toll hast du das gemacht Machen wir das ganz wenig schneller hier Jetzt Geht nerf Schnauze Ich will unbedingt sterben heute, habe ich das Gefühl Health Health Oh Mitkisch hierher Selten so dringend gebraucht Komm, friss das Und du als erstes Maul Ist ja noch einer Irgendwann muss da so ein Nest sein Hm, ist da was wohl hinter der Lava ist? Und du bist scheuer, die Idee dahinter zu springen, yeah Naja, wir haben genug Energie So, also Munition, noch mehr Munition Rucksack mit Munition, noch vier mehr Munition Springen, springen Und dann über Und hier Schießen Raketen da rein Komm Ganz links schneller So, roten Key Und hier schießen wir von da oben Lalalala Was ist denn? Komm denn da drauf? Oh Bleibt halt mal stehen Aaaaaah Ich will Ich will doch bloß, dass ihr tot seid Na also Warum nicht gleich so Also was war da? Schalter Den legt man auf jeden Fall mal um Ich hab zwar immer noch keine Ahnung was der bringt Aber Schalter den mal umlegen kann Sollte man auch umlegen Warum auch immer Es ist Doom Muss man nicht verstehen Und Oh, da ist noch mehr Munition drin Okay, gut zu wissen Sollte man sich merken Wenn wir da nochmal vorbeikommen sollten Oh, da ist noch ein Mid-Kit Mid-Kit Ja, damit lässt sie arbeiten gut Also Raketenwerfer Feuer Feuer Uiuiui Hey Zurückfeuern hab ich euch verwechselt Ist doch unfair Kann man das ja irgendwo abstellen, dass die Gegner nicht mehr zurückschießen?